Musik Hallo nein da ist ein Zombie Ich töte den Zombie ZOMBI Ich brenne Ich guck dir zu Alter es ist nicht mehr getriggert komm hier lang marcel langsam ist noch weit ich stelle mich mal ans ende und guckt 4 gigahertz steht da vor intel ohr achtmal insel core i7 263 wie hoch ist einer getaktet weiß ich nicht gigahertz 34 34 und eine geforce gtx 970 im pci express aber gut ich habe nur eine geforce gtx 960 was machst du da jetzt mit den schweinen 69 meinst du habe ich 96 gesagt 69 meine ich sorry hier ist jetzt mal auf geht's auf geht's auf geht's auf geht's hallo ist das zusi getriggert hast alle wieder enttriggert komm hoch auf geht's das alles in den letzten mal das andere immer das sagt alt Joop ja herrlich bis zu herrlich weiß nicht erhält komm und hallo was für mich manchmal wurden nicht alle jetzt geht's wollen wir jetzt weiter jetzt was ist getötet Weil dein, weil dein Ding, da war ein Creeper. Haben wir nur eins. Ja, aber es bringt uns doch gar nicht. Doch, wir haben schon mal eins, Junge. Oh, Mann. Ja, da ist plötzlich ein Creeper. Ja, aber doch, war es doch einfach. Weil dann kann ich beide nehmen. Und du kannst aufpassen. Ich esse dir gerade. Oh, Mann, ey. Mann, jetzt hätten wir zwei Schweine gehabt. Ja, was läuft denn da auch so weit weg, um Schweine zu holen, Junge? Alter, Schweine sind wichtig. Die gibt's halt nicht in die Nähe. Die muss man ein bisschen weiterlaufen. Du musst halt mehr aufpassen, bitte. Dass es einen dann nicht auch noch verreckt. Alter, was ist das? Die Wege, die wir uns geschoben haben, wegen von zwei... Hallo? 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 Ich hab wenigstens noch hohes Schweinefleiß von ihm. Herbert riecht so süß. Du bist jetzt fast da. Ja, das will aber nicht. Jetzt findest du den Weg selber heim. Läuft einfach geradeaus. Ich muss was, kurz was... Such mal irgendwie nach... Hol du! So Netze, die man irgendwie bauen kann. Netze? Pass auf, wenn ich... Ja, also so... Nach rechts! Nein, alles rechts! Ja, das war mein Recht. Ja, aber das wär schon... Mein Gott! Wenn du rückwärts läufst und... Nach rechts... Da, wo der rechte Arm ist! Ich weiß, das ist dein Recht! Nein, dein... Ich guck auf dich drauf! Ist trotzdem rechts rechts! Was heißt Frauen rechts? So. Hallo, es ist nicht mehr getriggert. Mach mal schön den Sound halt noch auf dann! Ja, ja, mach ich die gleich! Ah, hallo Schwein! Oh, guck mal, ich hab eine Karotte! Das brauch ich nicht! Das brauch ich nicht! Das kann auch braten! Das kann auch... Sand, kann man da auch manchmal rein noch in der Erde kümmern auch drin! Das brauch ich noch! Wir sind... Du warst doch gar nicht wegen dem Schwein unterwegs. Ja, ne, nicht. Oh, Mann, ey. Jetzt so kurz verziehen. Schieb's rein. Reinschieben. Schieben. 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 Zu, 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 zu. Jawohl. Es gibt aber nochmal hier eins, weil es so gut da war. Guck mal, guck mal, was cool ist. Das Holz ich jetzt geholt hab hier. Finde ich voll cool. Er hat das nicht gesehen, guck. Ich weiß. Hör kurz. Guck. Guck. Alter, fuck you. Sieht voll cool aus. Ja, schön. Wo war ich eigentlich gerade? Ach so, ich wollte Holz holen, dann hab ich gemacht. Und Sand hab ich. So. Alter, Marcel. 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 Ich schwör's dir. Brrrr. So. Mein Gott, wo bin ich jetzt? Oh Gott, oh Gott. So, das sieht schön aus. Schön aus. Schön aus. Oh Gott. So. So. Oh Gott. So. So. Ja. Musst du erst mal so machen. Oh mein Gott. Gott sei Dank hab ich ein bisschen Scheiben. Alter. Mein Gott. Diese scheiß Glasscheiben regen wie huf. So. 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 Marcel, was are you doing? Say something. Ich wache hier gerade. Scheiß, zu viel. Meine Mülle. Jawohl. Erster Stock. Komplett ausgestattet mit Glas. Geil. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich muss ja noch eins oben draufsetzen im Prinzip. Und dann will ich die Decke ziehen. Alter, bin ich müde schon wieder. Wie lange mache ich die Aufnahme? 48 Minuten. Ja, ja. So. Das heißt, ich baue jetzt hier noch einmal. Äh, hast du noch Glasscheiben? Ja. In der Truhe. Oh Gott, wie fast runtergelassen. Brauchst du Glasscheiben für das Ding? Achso. Ja, ne, eigentlich schon. Also zumindest der. Eigentlich nicht, eigentlich schon. Also er ist jetzt so gebaut, aber er ist natürlich auch größer gebaut. Ich glaube, das passt da nicht rein. Oh Gott. Ich muss noch mal Holz heimgehen. Weiß es mich aus. Ich bin auch so dumm. Kann ich das wieder zurück machen? Nein, kann ich natürlich nicht. Was? Ich kann auch Bretter natürlich aus Brettern kein Holz mehr. Keine Stämme mehr machen. Keine Stämme. Oh, kacke. Nope. Das kannst du nicht machen. Deswegen gehe ich jetzt noch mal in den Schuss. Das kannst du nicht zurückkräften. Willst du mir Dingholz mitbringen? Eichenholz bitte? Eichenholz kann ich ja wohl selber holen. Weil ich sehe hier genug. Fichte. Du alteste. Deutsche Fichte. Geht es bei uns gar nicht, ja? Fichte gibt es bei uns gar nicht, ja? Das ist gar nicht. Das sieht ja natürlich. Er hat sich aus Stein gebaut, aber ich baue das mal aus Holz, weil er mir ist. Mühle ist ja. Man würde es so, würde ich jetzt auch, ja, so ist es bei uns gar nicht. Oh mein Gott! Boah, das einsame Schwein. Weil du andere getötet hast. Weil der Creeper hat's getötet. Ja, aber du hast es sterben lassen. Jetzt bin ich schuld. Ich muss den Chat ein bisschen kleiner machen. Ich hab ihn schon richtig klein gemacht. Ja. Weiter ist eigentlich egal. So. Ja. So. Boom. Okay. Einfach von der Spalierung. So. Joa, joa, kann man machen. Kann man machen. Kann man mouten hier, würde ich sagen. Steht nicht schlecht aus. Ähm. Ich geh mal in unseren Keller. Dann bin ich da noch. Ich hab noch 19 Stein. Hö, 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 hö. Hö, hö, hö. Ja. Ja. Oh yeah. Ich hab' da noch mal in unseren Keller. Ne, ne, im Keller. Ah ja, aber wir haben noch genug Erde eigentlich. Ne, eigentlich nicht aber. Auch in der Kiste in der Alm. Ah ja, stimmt. Da ist genug Erde. Da hab ich genug reingemacht. So. Ah, ich hab' hier Kies? Was, der Kies noch? Oh, in der Kiste genug. Ich bin mein Kieser Braun. Genau. Ich denk' das reicht, ja. Ein bisschen genug. Ein bisschen genug. Ach so, genau. Hast du noch was zu essen? Ähm. Kannst du gucken, ob die Verrotten fertig sind? Oh, leck. so Genau, sieht schon mal schön aus. Haben wir das mal gemacht. Das korrekt machen, das korrekt machen. Nein, das korrekt machen. Das korrekt machen und das korrekt machen. So, 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 so. So, 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 so. Das ist noch nicht verfügbar. So, ich bekomme. Last minute Blume. Weg damit. So, die haben wir noch richtig ein. Das tut die auch noch richtig ein. Ach, danke. Prozent steinkommen so muss er das was tun doch da will Prozent Wurzeln sicher gehen es rake Alter, ich brauch so viel Fichtenholz, das wird ohne Machung sein. Hi! Ja. So. Mir gegeben. Was? Mir gegeben. Nix. Lix. Lix. Ach, Lix. So. Was wollte ich, was brauche ich? Ähm. Hier, brauchst du noch Essen? Nix. 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 Obwohl, doch, kannst du mal hinlassen. Zu spät ist, als ich so. Ich hab jetzt grad, ähm, unseren Herbert gegessen. Hier ist noch was für dich. Boah, wenn ich hier in der Bude regelt, dann ist er aber rein, hell. Mhm. Okay, bei uns in der Bude auch, aber das spielt ja keine Rolle. So. Ich wollte zum einen Stein abbauen gehen, zum anderen noch Holz. Ich baue erstmal noch Holz ab. Obwohl, wenn es regnet, geh ich lieber in die Mine runter. Die zwei Spitzhacken noch schnell verhauen. Dann geh mal noch ein bisschen Holz holen. So. Wir nehmen schon 59 Minuten auf. Mhm. Ich werde die Aufnahme dann vielleicht beenden. Leute, die Bonner finden uns einfach so müde irgendwie. Ähm, dann haben wir auch schon halb zwölf. Okay, ich hab die verbraucht Dann würde ich sagen Bedanke ich mich fürs Zusehen Cool Ich hoffe, dass ihr dann beim nächsten Mal auch wieder dabei seid Und sage Ciao, bis zum nächsten Mal